Novena zum Motto vom guten Rat, vierter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Erliebes, Flamme des unbefleckten Herzens Mariens, Deine so sehr gerebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Erliebes, Flamme des unbefleckten Herzens Mariens, Deine so sehr gerebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Erliebes, Flamme des unbefleckten Herzens Mariens, Deine so sehr gerebten Brot. Vierter Tag, die gnadenreiche Heimsuchung Mariens. Bitte für uns, Mutter vom guten Rat. So wie du, O Maria, wollen auch wir uns aufmachen, unsere Gewohnheiten, unser egoistisches Dasein verlassen. Um uns in den Dienst Gottes zu stellen. Wir wollen uns aufmachen, um unseren Brüdern und Schwestern in Christus zu begegnen. Liebenswürdige Mutter, du hast uns den Weg der Nächstenliebe gezeigt. Dienst für Gott und Dienst für die Menschen. Füre und begleite uns auf diesem Weg, der uns zu Jesus führt. O selige Jungfrau Maria, im Ratschluss Gottes warst du von Ewigkeit heraus erwählt, zur Mutter des Mensch gewordenen Wortes, als Mittlerin seiner göttlichen Gnaden und als Fürsprecherin der Sünde. Zu dir nehme ich meine Zuflucht, ich, dein unwürdiger Diener. Bögest du mir beistehen mit deinem Rat und mein Wegweiser sein, in diesem Tal der Tränen. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gebet um die Fürbitte der Mutter vom Guten Rat. Gebet um die Fürbitte der Heiligen, allmächtiger Gott und Vater, dein Sohn Jesus Christus ermutigt uns. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Lukas 11,9 Unser Glaube ist oft schwach und unser Vertrauen klein und gering. So wenden wir uns jetzt an dich, Maria, Mutter vom Guten Rat. Dir dürfen wir unsere Not sagen und zu dir tragen, was uns bedrückt. Maria, dich darf ich vorschicken und um Fürsprache bitten. Du gibst meine Ratlosigkeit an Jesus weiter. Dein Rat tut alles, was er euch sagt. Johannes 2,5 Erweiß ich als hilfreich und gut. Lass mich tun, was du mir in meiner augenblicklichen Situation, in meinem jetzigen Anliegen rätst. Damit das Wunder beginnen kann. Beinkaner. Amen. Herr, erbarme dich Unser. Herr, erbarme dich Unser. Christus, erbarme dich Unser. Christus, erbarme dich Unser. Herr, erbarme dich Unser. Herr, erbarme dich Unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel. Erbarme dich Unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich Unser. Gott Heiliger Geist. Erbarme dich Unser. Heiliger dreifaltiger Gott. Erbarme dich Unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Heilige Mutter Gottes. Bitte für uns. Mutter der göttlichen Gnade. Bitte für uns. Mutter des wunderbaren Ratgebers. Bitte für uns. Mutter des guten Rates. Bitte für uns. Bitte für uns. Du kluge Jungfrau. Bitte für uns. Die Jungfrau mächtig zu helfen. Bitte für uns. Du Frau von den Völkern gepriesen. Bitte für uns. Mutter vom guten Rat. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Apostel. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Märtyrer. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Bekenner. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Jungfrauen. Bitte für uns. Du Ratgeberin aller Heiligen. Bitte für uns. Du Ratgeberin der Beträngten, du Ratgeberin der Betrübten, du Ratgeberin der Kranken, du Ratgeberin der Armen, du Ratgeberin der Witwen und Weisen, du Ratgeberin der Familien, du Ratgeberin der Jugendlichen, du Ratgeberin aller Regierenden, du Ratgeberin aller Notleidenden, du Ratgeberin in allen Gefahren, du Ratgeberin in allen Versuchungen, bitte für uns, du Ratgeberin in allen Ängsten und Zweifeln, bitte für uns, du Ratgeberin der Sterbenden, bitte für uns, in Einsamkeit und Verlassenheit, in Zurückweisung und Ablehnung, in Freundschaft und Ehe, in Krisen der Familie, zur Umkehr und Versöhnung, im Zusammenleben von Jung und Alt, im Dienst an der Kirche, bei der Suche nach Gott, hilf uns mit deinem Rat, in Gebet und Arbeit, hilf uns mit deinem Rat, im Dienst an den Mitmenschen, hilf uns mit deinem Rat, auf dem letzten Platz, hilf uns mit deinem Rat, vor großen Lebensentscheidungen, hilf uns mit deinem Rat, zu Beginn eines neuen Lebensabschnitts, hilf uns mit deinem Rat, in Kriegen und Naturkatastrophen, hilf uns mit deinem Rat, in der Stunde unseres Todes, hilf uns mit deinem Rat, Heilige Maria, du Mutter des Guten Rates, hilf uns mit deinem Rat, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, Herr, verschone uns, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, Herr, erhöre uns, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, Herr, erbarme dich, Verbinde, bitte für uns, du Mutter des wunderbaren Ratgebers, Verbinde uns mit dem menschgewordenen Ratschluss, der Liebe Gottes, Amen, Lasset uns beten, allmächtiger Gott und Vater, beim Gedenken an Maria, die Mutter des Guten Rates, schenke uns Rettung und Heil, durch den wunderbaren Ratgeber Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit, Amen, gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen, Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib.